Wie bereits schon angekündigt, geht es im heutigen Video mal um euch. Denn wir suchen neue Nachwuchssportler. Das heißt, ihr schaut immer unsere Videos und verfolgt auch unsere Sportler mit großem Interesse. Habt euch aber schon immer mal gefragt, warum kommt Go4Gold nicht mal zu mir? Sport ist auch mein halbes oder mein ganzes Leben. Und ich würde auch gerne meine Erfahrungen, meine Erlebnisse mit euch teilen. Dann schickt uns einfach Probe-Material an die Adresse, die ihr am Ende des Videos auch gleich sehen werdet. Und wir werden uns natürlich bei euch melden. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass der Anfang mit der Kamera etwas gewöhnungsbedürftig ist. Nachdem wir Debbie zuletzt im weit entfernten Kanada beobachtet haben, sehen wir sie oder treffen wir sie jetzt im... Ne. Auch für Robert, unseren Eisläufer, läuft die Saison auf den ersten großen Saison-Höp. Ich warte was, ich muss noch gucken, was ich sagen wollte. Unsere Wasserspringer haben sich auf eine Weitreise begeben. Aber wo genau diese Reise sie hinführte und was denen da genau... Aber ihr müsst euch absolut keine Sorgen machen. Aller Anfang ist schwer. Und das Einzige, was ihr braucht, ist wirklich Spaß und Liebe zum Sport. Und natürlich auch ein bisschen Mitteilungsbedürfnis, was euren Sport angeht. Dass ihr gerne mit uns redet und uns gerne zeigt, was ihr macht, wann ihr es macht und wie ihr es macht. Und das war es eigentlich auch schon. Deshalb freuen wir uns natürlich auf jedes Video, Foto, Material, wie auch immer, was von euch bei uns einläuft. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald mal. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald mal.